Erster Tag ist fast vorbei. Ich bin sehr glücklich. Mein erster Zencraft seit langer Zeit. Auf der einen Seite bin ich schon froh, das hier einmal so hinzukriegen. Schauen wir mal, was noch passiert hier. Warten Sie über die 400? Fun, Spaß und ein bisschen Schmerz. Es wird eher umgekehrt sein. Er will schnell laufen. PB heißt Personal Best, er will eine Bestleistung laufen. Dann haben wir den Herbig Grünsteigl auch noch bei uns. Den Trainer von...